Du! 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 Jetzt ist es so. Meine Spieler sind einfach quick and wet. Das heisst, man müsste einen Embudget-Artikel auf 20 Rappen genau schätzen. Meinst du, du kannst das? Die Sache ist ja so, wenn du es schaffst, gibt es 100 Franken mega Gutschein. Wenn du es nicht schaffst, gibt es keinen Gutschein, dafür gibt es eine kleine Abkühlung. In Form von etwas etwas nass, etwas farbig, auswechbar und kalt. Ist gut. Es ist, ähm, Schleim. Aber es ist gut, es ist schön kühl und es ist ein wenig warm da. Bist du dabei? Okay. Bist du dabei? Wie heisst du? Seraina. Seraina macht einfach mit bei quick and wet. Grossartig. Seraina, dein quick and wet Embudget-Artikel ist... Kaugummi. Was denkst du, wie teuer ist das auf 20 Rappen genau? Keine Ahnung, 90 Rappen. 90 Rappen? Bleibst du bei dieser Antwort? Ja, scheiss egal. 90 Rappen, gut. Okay, gut. Dann verbindet dich da mal zu positionieren. Steh mal her, kette ihn um, ruck zum Kessel. Da muss man aber ganz hoch hoch klettern. Gut, du hast gesagt, ich habe 90 Rappen für Kaugummi. Und die Antwort ist... FALLSCH! 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 Die Kaugummi sind doch ein bisschen teurer! Nämlich 2.90 Franken! Somit hast du leider da nicht gewonnen, aber dafür hast du eine schöne Abkühlung verdient. Danke vielmals Messis, Rainer. Dir noch ein schönes Openair, Fraufeld. Wow, ich bin jetzt voller Schleim geworden. Blblblblblblblblblblblblblblbl... Die Welt 끝외